Also, ich stelle mir das wie folgt vor. Die Augen ein bisschen weiter auseinander, die Ohren ein klein... Spatz, sieh dich mit angsterfüllten, entsetzten, großen Augen an. Ich frage Spatz, was könntest du dir denn vorstellen? Was wäre eine Veränderung, mit der du gut leben kannst? Vielleicht ein bisschen größer? Also, es müsste schon sowas sein, dass man dich halt nicht mehr so gut erkennt. Das betrifft vor allem dein Gesicht. Die Haare sind auf jeden Fall rot. Carla, um ihn ein bisschen zu beruhigen, sind das alles Veränderungen, die man wieder rückgängig machen kann? Nun, ich kannte sie wahrscheinlich, wenn ich mich daran erinnere, wieder rückgängig machen, ja. Aber prinzipiell sind sie permanent. Bei mir gibt es nur Wertarbeit. Okay. Aber interessant. Spatz, gibt es irgendjemanden, dem du vielleicht immer um sein Aussehen beneidet hast? Fangen wir doch mal so an. Das ist eine super Frage. Spatz, wirft einen Blick Richtung NoCash. Ich finde es übrigens sehr, sehr schön. Ich muss eine Sache im Chat verlesen. Wenn jemand fragt, kann ich auch NoCash jemanden so verändern, dass man ihn nicht wiedererkennen kann? Korrekt. Das ist leider korrekt. NoCash kann sehr viele andere Fähigkeiten simulieren. Man kann mit NoCash-Fäusten kann man sehr viele andere Fähigkeiten simulieren. Okay, aber das ist doch mal eine gute Richtung. Mit der kann die Carla doch bestimmt arbeiten. Ja, das kann ich, Schatz. Das kann ich. Soll ich einfach eins zu eins kopieren? Das wäre... Was, was? Ein zweiter NoCash? Spatz wünscht sich so auszusehen wie du. Was sollen wir machen? Wir müssen den Halter seinen Zwillingsbruder ausgeben. Andererseits eröffnet das durchaus Möglichkeiten. Genau. Also ihr werdet dann halt NoCash und vielleicht really NoCash. Oder SomeCash. Oder SomeCash. NoCash und Flush. NoCash und Broke. Broke, das ist gut. NoCash und NoGoals. Ja, wollen wir das machen? Also ich fände die Möglichkeit, dass du einen Zwilling hast, der aussieht wie du, aber nicht über deine Fähigkeiten, sondern über Grisha-Fähigkeiten verfolgt. Ich finde, das hat für die Gang hat es echt eine Menge attraktiver Möglichkeiten. Ja. Das stimmt, aber ich weiß nicht, ob ich meine Identität einfach so aufgeben möchte und teilen möchte mit Spatz. So spät. Aufgeben musst du deine Identität ja nicht. Das sagt ihr jetzt so. Chat, was meint ihr? Sollen wir das machen? Du kannst nicht alles in Chat entscheiden lassen. Wenn ich selber denken könnte, würde ich es tun. Aber ich bin NoCash. Ich bin leicht zu überzeugen. Okay, Chat, what shall we do? Okay. Ich mache eine neue Abstimmung. Also wir können natürlich auch mal ein interaktives Ketterdarm-Abenteuer spielen, bei dem wir... Die Entscheidung dem Chat überlassen. Die Entscheidung auslagern und gucken, wie ihre Charaktere am Ende dastehen. Die Runde ist ehrlich gesagt nicht lustig. Das könnte lustig sein, oder? Man könnte das mal überlegen als Konzept. Also muss man nicht die Runde sein. Aber die andere Runde, wo man sagt, man macht mal einen Abend, wo man als Chat gemeinsam das Abenteuer bestreitet. Nee. Okay, du bist die Expertin. Das sagt die Frau, die diesen Chat am besten kennt. Ja. NoCash 2.0. Ja, NoCash 2.0. Das ist die Frage. Ja oder nein? Lieber Chat. Ich meine, was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass er halt einfach anders aussieht. Ja. Irgendein Aussehen ist nicht schwierig. Das wäre schon interessant irgendwo. Also jetzt mal... Ja oder? Ich finde auch, das hat echt schon Möglichkeiten. Gönnen wir ihm noch was. Aber es fällt auf, wenn der Fake Cash nicht zuhauen kann. Oder sogar nachdenkt und diskutiert. Ja, aber also, wie gesagt, wir müssten ihn schon nach seinem Zellingsbruder ausgeben. Und dann kann man das ja auch irgendwie rechtfertigen. Ist ja immer so, dass einer in der Familie, ne? Oder einer muss immer im Versteck bleiben. Oder so. Und so weiter. Also, dass man wirklich niemals öffentlich macht, dass es zwei gibt. Oh, Prestige. Ja, genau so. Oh, ja genau, Prestige, ja. Was ja eher ein Hinweis ist, dass wir es nicht machen sollten, so, oder? Was gibt's für nur Fragen? Hey, wieso? Lief doch gut. Ja. Also eine Zeit lang. Chat. Chat ist mit überwältigender Mehrheit dafür. Nice. 69% wünschen sich NoCash 2.0. Nice. Na gut. Ich beuge mich, Chat. Okay, NoCash ist überzeugt. Okay. Wir brauchen Broke. Ja, also die Carla sagt, das ist kein Problem. Es dauert eine gewisse Weile. Wir müssen Dinge aufbauen, verändern und so weiter. Und ich müsste natürlich den guten, das Vorbild einmal in seiner ganzen Pracht sehen. Okay. Ich fange an, nicht auszuziehen. Ich hole ein Cupcake. Das muss mir nicht geben. Ja, aber das ist der Moment, an dem ich eigentlich auch gern Pfeffi hätte. Ja, also die Carla guckt jetzt alles sehr genau an und würde um den nackt posierenden NoCash einmal genau herumgehen, das alles genau ansehen. Und der Rest von euch kann überlegen, was ihr dabei tut. Also Lisa hat gerade so zwischen den Fingern durchgeguckt. Okay. Ja, und dann sagt sie, das wird ein bisschen dauern. Soll ich gleich anfangen? Ja. Ja. Wunderbar, wunderbar. Die Hose auch? Selbstverständlich, alles. Jetzt wird der Pfeffi fällig. Gut. Mann, ist gar nicht alles so groß, ne? Ich hebe die Faust. Okay, dann. Es ist kalt hier. Dann geht Carla mit Spatz durch so ein paar wehende Vorhänge durch in ein Nebenzimmer und sagt, es wird dauern. Ja, und was machen wir jetzt? Wo ist die nächste Pfeffi-Bar? Hier in der Gegend gibt es jede Menge Bars, in denen es den übelsten Schnappes gibt. Was heißt die übelsten? Nein, 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 den edelsten. Pfeffi. Ja. Niemand versteht mich. Ich finde, wir sollten ihn nicht alleine lassen. Ja, genau. Oh. Ja, genau. NoCash begreift endlich, warum das ein Problem sein könnte. Also eigentlich könnte man, glaube ich, gerne so sehen, dass man zumindest durch einen Türspalt bei der Operation zugucken kann. Muss NoCash dabei sein als Model weiterhin? Oder reicht einmal gucken? Das reicht ja. Ich glaube, ich vertraue darauf, was hinter dieser Tür passiert. Ich muss es mir nicht ansehen. Ich habe ein bisschen Angst um unseren Grischer. Doch, ich möchte gerne zuschauen. Dann bleibt Krittel da und wir gehen was trinken. Ich bleibe bei Krittel. Oh. Steffin, was sagst du? Cupcake und ich sind auch. Gut verstanden es alle. Mitgehangen, mitgefangen. Wir beobachten alle fleißig die OP. Also sie lässt euch jetzt nicht 100 Prozent in den selben Raum, wo sie arbeitet. Aber ihr könnt natürlich in ihrer Unterkunft bleiben. Dann seid ihr durch ein paar Folgen getrennt. Aber sie lässt euch jetzt nicht sozusagen der Operation beiwohnen. Gut, dann sitzt ihr da und könnt ein bisschen Tee trinken und warten und Tee trinken und warten. Und während ihr also in diesem Vorzimmer der Grischer sitzt, wo euer eigener Grischer in NoCash 2.0 verwandelt wird, bricht plötzlich die Tür auf und Gestalten stürmen herein. Gleichzeitig wird irgendwie über das Dach der Hütte, da werden Dinge herausgerissen und mehrere Leute springen herunter. Und ihr seht in so schwarz-silberne Uniform gekleidete Leute, die von weißen, auf den ersten Blick denkt ihr, es wären Hunde, aber dann seht ihr, dass es Wölfe sind, begleitet werden, die hereinstürmen und irgendwie in einer euch wahrscheinlich nicht so bekannten Sprache, zumindest mit starkem Akzent irgendwie rufen und brüllen und holt die Hexen. Ja, die eine oder eine von euch haben vielleicht schon mal von ihnen gehört, sind Dröskelle. Habe ich noch meine Hose an? Also für die Sanity deiner Bann-Mitglieder hoffe ich ja. Gut, dann fühle ich mich wohler. Icy? Wie viele sind es, die da reinkommen? Also die Türmen fliegen auf und die stürmen rein und die sind offensichtlich darauf aus, sofort loszulegen. Die schießen nämlich mit Armbrüsten auf euch. Auf uns? Ja, ja, ein Hagel von Bolzen. Ja, ja, ihr seid da an dem Ort, wo sie Dinge machen wollen, das heißt, ihr seid im Weg. Ein Hagel von Bolzen schlägt auf euch ein und ihr würdet alle einen mittleren Harm bekommen, als sie bolzen sich in eure Kleiderbogen. Sie wollen wollen resisten und ich sage noch so, die sind ziemlich monothematisch unterwegs. Okay, mit was resisten wir? Mit Prowers. 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 Cupcake bekommt zwei Stress. No Cash bekommt keinen Stress. Icy Hands bekommt einen Stress. Okay. Moment. Ich möchte gleich meine Fähigkeit einsetzen. Wenigstens. Ich möchte meine Fähigkeit einsetzen und mich quasi einer ganzen Gruppe stellen und dadurch stärker sein als alle auf der Welt. Meine Macht von Greyskull. Das kostet zwei Stress. Easy. Und dann bist du in der Lage, dich ganzen Gegnergruppen auf gleicher Ebene entgegenzustellen. Was wirst du denn tun? Ich sehe mich ganz schnell um. Habe ich irgendetwas im Griff weiter, was ich als Waffe nutzen könnte? Außer halt diesen Teetassen. Naja, da sind so Stühle und ein Sessel und Kissen. Ich nehme nicht das Kissen. Ich trete den Stuhl in Richtung eines Gegners, greife dann nach dem Sessel und versuche den auf den anderen zu schleudern. Okay, das kannst du machen, ja. Dann würfel doch mal Skirmish, würde ich sagen, ne? Ja. Oh Gott. Wie viel sind das eigentlich? Ein halbes Dutzend? Ein Dutzend? Es ist absolut nichts zu sagen. Sie stürmen gerade rein. Es kommen mehr durch die Tür. Es kommen welche durch die Decke gesprochen. Also ein halbes Dutzend sind es auf jeden Fall. Macht nichts. Ich bin da. Gut. Ja, genau. Eine vier. Ja, du haust den ersten mit dem Hocker irgendwie ins Gesicht und schlägst mit dem zweiten mit dem Stuhl nieder. Aber währenddessen stürmen weitere auf dich ein. Und einer macht so einen Sprungkick gegen dich und tritt dir ins Gesicht und verpasst dir einen mittleren Harm. Oh, Katerchen. Wir haben uns verpasst und untermalen und kloppen sich unsere Kater gerade. Muss ich das hier eintragen mit dem Harm, ganz kurz? Du kannst ihn resisten, wenn du willst, oder deine Rüstung wegwerfen, wenn du eine dabei hast. Mehr habe ich nicht. Ich versuche zu resisten mit Prowess. Prowess, ja. Ja, easy. Ja, du bekommst keinen Stress. Du kannst natürlich den Schlag abblocken. Und, oh, Kater, bitte nicht auf die Tastatur. Irgendwelchen Unsinn anmachen. Du kannst den Schlag abblocken, den Tritt. Ja. Und ich greife dann nach diesem Fuß, der noch in der Luft ist und zerre an diesen Beinen und schmeiße diesen Bastard gegen die Wand. Ja, der fliegt durch so mehrere Vorhänge durch, reißt die so mit und fällt dann hinten gegen so eine Wand und bricht da runter. Lass mal hier der Rest von euch machen. Okay. Mach du zuerst. Ja, genau. Da will ich sagen, du hast halt, bricht Spatz in Sicherheit. Ich helfe natürlich, no cash. Ich springe auch mit meinen Dolchen quasi zwischen die Angreifer und versuche einen Moment abzupassen, was halt wo zwei Leute auf die einstecken und dann abzutauchen, sodass sie sich gegenseitig sind. Was halt wir erledigen können, wenn es irgendwie geht. Ja, du kannst dein Special einsetzen auch. Genau. Kostet auch zwei Stress, das ist ein Push und mach mal entweder, mach mal einen Prowlwurf. Einen Prowlwurf. Ja, also du schaffst das, das tun, die beiden prallen gegeneinander, aber beim Weckspringen verhälterst du dich in diese umgerissenen Vorhänge und rutschst du zur Seite und fällst dir an so einem weiteren Vorhang fest, der auch nachgibt und fällst mit diesem Vorhang zu Boden. Mhm. Okay. Ich würde gerne schauen, ob ich ausfindig machen kann, wer der Anführer ist. Tatsächlich ist das nicht zu sagen in dem Augenblick. Also entweder ist die Person noch draußen oder die haben keine besonderen, irgendwie so dieses Abzeichensystem, das du nicht verstehst. Also schwer zu sagen, tatsächlich. Dann würde ich ganz... Mach mal einen Study-Wurf, wenn du das machen willst. Würde ich gerne. Du bist ja ziemlich sicher, dass du von draußen was gerufen hörst in dieser Sprache, der Fjörden. Und du glaubst, der Anführer ist draußen. Ich würde versuchen, mich dem zu nähern, würde meine beiden kleinen Pistolen ziehen. Und wenn ich den sehe, offen zielen und brüllen, zurück! Oh yeah! Okay, also du versuchst ja durchzuarbeiten. Dabei kriegst du aber einen Schlag mit so einem krummen Dolch ab, der dir einen mittleren Harm verpassen würde, wenn du nicht mit Prowers dagegen arbeitest. Oh, kein Stress, ihr seid. Heute Abend habt ihr das Glück an den Fingern beim Würfeln. Du kommst da so durchgedruckt, du drückst deine beiden Waffen auf den Mann. Das ist ein großer Mann mit so einem Bart, der hat auch diese schwarz-silberne Uniform an, hat ein mächtiges Schwert in der Hand und so eine Kette mit so einem Haken an der anderen Seite. Und du zielst auf den und brüllst ihm diese Befehle zu. Und der macht so die Arme auseinander und präsentiert sich so und lacht dir ins Gesicht. Die sind offensichtlich relativ fanatisch. Cupcake! Ja, ich renne zu Spatz und wie auch immer ihr Name war, ich habe es schon wieder vergessen. Carla. Die ist gerade dabei, die hat gerade ihre Hände auf ihm liegen und macht irgendwelche Dinge und du siehst da so ein Leuchten und Veränderungen und sie sagt, wenn ich jetzt aufhöre, passieren schlimme Dinge. Ja, ich bin ja auch hier, um dich zu beschützen. Und ich stelle mich mit einem Cupcake in den Eingang. Also sie guckt dich nicht mal an, deswegen ist sie jetzt nicht so erstaunt, aber würde sie dich angucken, wäre sie erstaunt. Ja, und das versuchen Leute an dir vorbeizukommen tatsächlich. Also der Eingang ist natürlich relativ, weil da sind ja nur diese Tücher und so. Aber das ganze Kampf, also der ganze Schlachtort ist relativ unübersichtlich wegen dieser tausend Tücher, die jetzt teilweise auch rumfliegen und so. Und die sind offensichtlich hinter der Carla her. Oder Spatz. Also dann kann ich mich hier aufhören. Warte, warte, warte. Sorry, sorry. Die Cupcake wollte ja sich versuchen, die aufzuhalten. Wie machst du das denn? Ähm, du erinnerst dich, dass die Cupcakes, die ich mitgenommen habe, ja besonders mit starkem Schlafmittel versetzt wurden? Ja. Weil meine Cupcakes so niedergeredet wurden von der Mannschaft, dass ich sie diesmal extra stark gemacht habe. Und ich drücke sie den Personen, die an mir vorbeilaufen, ins Gesicht, rechts und links. Also auf den Mund. Du versuchst sie damit zu füttern, während sie vorbeilaufen? Ja. Verstehe. Das klingt nach einem Finessewurf. Bitte lass es funktionieren. Bitte. Oh. Nein. Oh Mann, oh. Im Gegenteil. Du kommst die Cupcakes an und versuchst sie ins Gesicht zu treffen, aber der eine schlägt mit der Hand so weg und du haust dir deinen eigenen Cupcake ins Gesicht. Das ist schlecht. Dem würde ich gerne resisten, weil ich weiß, was da drin ist. Und du schmackst so auf den Lippen und merkst so, oh shit. Das kannst du mit Resolve resisten und versuchen gegen diese Drogen wach zu bleiben. Wo ist denn Resolve? Das ist auch eines der Attribute. Wow. Du bekommst zwei Stress. Ich bin fast traumatisiert. Während das Schlafgift durch deine Adern kreist. Okay. Sagst du, wenn wir handeln können? Wir können handeln. Ich habe nur im Ohr, das sieht vor, ich sagte, wenn wir das jetzt abbrechen, passieren schlimme Dinge. Und ich habe das Gefühl, schlimmer als jetzt kann es nicht mehr werden. Wir brauchen schlimme Dinge. Ich versuche vorzustürzen und tatsächlich Spatz, was hat, ihrer Behandlung zu entziehen, indem ich ihnen mitreife, fluchtmäßig. Nein. Nein, das machst du nicht. Doch. Oh doch. Ich kriege das mit und versuche, Criddle festzuhalten. Criddle, mach mal einen Prowlwurf. Nein. Nein. Hallo, ich bin Chirurg. Ich operiere gerade. Ein wunderbarer Wurf. Nocash sieht das noch, greift danach, aber Criddle ist zu schnell. Springt durch die Vorhänge durch. Hi. Er hat sich auf Spatz, packt den, reißt mit sich. Und du möchtest gerne mit Spatz irgendwo nach draußen entkommen, ja? Was auch immer in der Nähe liegt. Eine Tür, ein Fenster. Fenster. Ja, du packst Spatz und springst mit dem so durch das Fenster durch, auf so einen kleinen Vorbalkon tatsächlich. Ja. Also Vordach, Entschuldigung, Vordach. Ja, ja. Ihr kracht da raus und Spatz schreit furchtbar auf, ob du jetzt vor Schrecken oder Schmerzen kannst du nicht genau sagen. Ihr brecht auf dieses Vordach, rollt ein bisschen herunter und du kannst euch aber so auf diesem Vordach festhalten, euch beide. Okay. Okay, was möchte der Rest machen? Also ich stehe mal nach vorne, ne? Ja. Ich würde Schnürde dem Anführer in die Füße schießen. Ja, mach mal einen Skirmishwurf. Oder Hand, je nachdem, was du machen willst. Aber Skirmish ist eigentlich das Richtige. Okay, ich hätte es mit, ich könnte den Plan noch ändern und den schlagen. Ich glaube, das kann ich besser. Ich schieße, ist okay, ich habe es gesagt. Gut, ja, du schießt auf den. Du triffst den auch, aber der hat irgendwie anscheinend so zumindest ein bisschen Schutz. Auf seinen Füßen? Der wird so herum, ja, du schießt nicht auf die Füße, du willst auf die Füße schießen, aber du triffst ihn eher so in die Schulter. Der wird so herumgewirbelt, aber mit dem linken Arm reißt er die Kette mit dem Haken dran hoch, die trifft dich so in der Seite. Der Haken verhakt sich in deinen Körper und der reißt dich so auf wie zu und haut mit seinem Schwert nach dir und würde dir einen mittleren Harm verpassen durch die beiden Angriffe. Ich versuche, Icy Hands zu helfen. Du kannst entweder mit Prowess resisten oder du kannst, wenn du Rüstung dabei hast, kannst du sie dafür ausgeben, dass die Rüstung was abfängt. Ich würde erst mal Prowess probieren. Du kannst zwei Stress. Okay, aber ist es auch die richtige Situation dafür, um echt gestresst zu sein? Das ist korrekt, ja. Ich komme, jetzt muss ich auch mal wieder was machen, ich komme auf Icy Hands und diesen bewaffneten Anführer zugerannt und mein Plan ist es, ich komme ja wahrscheinlich von hinten, von der Seite, er ist ja gerade noch mit ihr beschäftigt. Wir sind draußen, du müsstest halt durch die Tür rausreißen. Achso, wir sind nicht mehr im selben Raum. Ja, ja, genau. Okay, wie sieht es denn bei mir aus? Wie viele sind denn um mich herum überhaupt? Um mich herum sind noch drei, vier, so halb, also drei vollbewusst bei Bewusstsein, eine halb bei Bewusstsein, die, ja, noch da. Haben die Waffen? Die haben Waffen, die haben vor allem Klingen und Armbrüste und so komische Waffen. Okay, ich suche mir den Typen, der am nähersten dran ist. Was hat der? Hat der Armbrust und Schwert? Der hat eine Armbrust. Der hat eine Armbrust. Dann versuche ich, renne auf den zu, packe seinen Schädel, reiße ihn um und ist eine Wand in der Nähe? Nein, nur Tücher, ne? Das sind auch Wände da. Aber sind die nah genug? Ja, der Kamp bewegt sich ja die ganze Zeit. Okay, also dann packe ich seinen Schädel und haue den einfach mal gegen die Wand und wenn das klappen sollte, nehme ich sofort die Armbrust und schieße auf den nächstbesten. Alles klar, mach mal einen Skirmish-Wurf. Ja, das klappt. Du packst den, haust den gegen die Wand. Ja, eine 4. 4 ist ein Erfolg. Nur Dinge passieren. Du reißt die Armbrust herum, allerdings springt einer seiner Gefährten ihm zur Seite und schlägt mit seiner Klinge nach dir, aber du drückst ihm die Armbrust in den Bauch und drückst ab und der Bolz schlägt direkt in den Bauch und der fällt nach hinten, prallt gegen den Dritten und reißt den mit sich um. Wow! Allerdings würdest du eine mittlere Wunde bekommen, weil dir das Schwert so in die Rippen schlägt. Ja, das ist dann wohl nötig, oder kann ich da irgendwas tun? Kannst du die Rüsten oder die Rüstung ausgeben? Ich habe, glaube ich, gar keine Rüstung. Man kann immer, du weißt ja, du kannst immer sagen, ich habe Rüstung dabei. Wenn du Ausrüstung anhast, dann kannst du... Ja, klar, ich habe ja Rüstung dabei und ja, die ist jetzt wohl leider kaputt. Schade drum, war mein Lieblingsstück von meinem Urgroßvater. Genau. Du bist ja ein Profi, du gehst ja nicht unter Rüstung raus. Nee, klar, klar. Logisch. Jetzt ist sie kaputt. Schade, Urgroßvater, aber danke dir. Okay, Cupcake. Weiß ich, weswegen die hier sind? Ihr könnt es vermuten, ja. Das sind, also man kennt die Geschichten von den fanatischen Vier da, die irgendwie Grischer jagen und dann vor Gericht stellen, wo das total fair ist, weil die Grischer ja nicht aufgrund ihrer, alleine ihrer Existenz schon schuldig sind. Wieso hängen wir an dieser Kala? Weil wir sie eventuell nochmal brauchen. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Also wir sind in drei verschiedenen Arealen am Kämpfen. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, wenn einer flieht, weil der Rest weiterkämpft. Nein, nein, ich frage mich, ob ich diese Kala verkaufe. Nee, also wirklich, diese Pferdehands sind, die Iris Kelle sind unfassbar unsympathisch. Also mit denen würde ich tatsächlich... Ja, unsympathisch oder sterben? Außerdem hat Crittle eine OP unterbrochen und wir brauchen sie wahrscheinlich noch. Wir brauchen sie wahrscheinlich noch. Wenn wir weiterhin so gut würfeln, brauchen wir wahrscheinlich ganz dringend jemanden, der unser Aussehen verändern kann. Okay, also ich positioniere mich vor dem Fenster, aus dem Crittle gesprungen ist, winke Carla raus, sodass sie da hinterher steigen soll. Und dann stelle ich mich mit meinen... Was habe ich denn dabei? Mit meinen wunderschönen Wurfmessern. Nee, ich glaube, ich nehme lieber einen Dolch. So, zwei Dolchis. Ich stelle mich mit meinen zwei Dolchen davor und warte, wer auf mich zukommt. Und sollte jemand es wagen, den anderen nach draußen folgen zu wollen, dann steche ich zu. So, zwei Dolchis. So, drei Dolchis. So, drei Dolchis. So, drei Dolchis.